Und das hier sind die Coronaviren. Okay? Ja, hör mir doch mal zu. Und das hier sind die Coronaviren. Und die Coronaviren sitzen jetzt auf euren Händen. Und jetzt steckt einfach mal den Finger da rein. Und was passiert? Gar nichts. Jetzt habt ihr die Coronaviren, die schwarzen Punkte, auch an euren Händen überall kleben. Und wisst ihr, warum Händewaschen so wichtig ist? Nehmt mal einen anderen Finger. Gib mal her den Finger. So. Ja, jetzt tippst du da einmal mit dem Finger rein. Warte noch. Warte. Du tippst da mit dem Finger rein. So. Und jetzt tippt ihr mal den Finger da wieder rein. Und seht ihr? Und jetzt verschwinden die ganzen Coronaviren. Und deswegen ist das so wichtig, die Hände immer mit Seife zu waschen. Habt ihr das gesehen? Ja.